Hallo und herzlich willkommen bei TipTapTube. Das ist Matt und das ist Ash. Und wir haben hier von Dada Grand Prix. Dada Grand Prix. Das ist... Na, was wolltest du sagen? Dada wie Gaga. Ach was. Und wer guckt dir eigentlich zu? Hallo, ich bin Olaf. Olaf, hallo. Schön, dass du mit dabei bist. Weißt du was, Olaf? Du kannst hier mal die Rennbahn auspacken. Oh ja, das ist voll die gute Idee. Das mache ich. Also, wir haben hier eine Rennbahn Grand Prix von Dada. Ja, und die packen wir jetzt aus. Los Leute, pack die mal aus. Aber jetzt geht es erst mal ab zum Intro. Stopp, Olaf. Jetzt geht es erst mal zum Intro. Habt ihr das gehört? Jetzt geht es erst mal zum Intro. Ding, 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 ding. Das ist Max. Das ist Ash. Ja, 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 ja. Tip-Tap-Tune. Tip-Tap-Tune. Ich schläf doch nicht auf. Hier, Olaf. Olaf macht auf. Mit seiner spitzen, fiesen Nase. Ihr, ihr. Ich schläge dich jetzt. Okay, Olaf, dann kommst du mal zu mir. Okay, das mache ich. Und ich komme nur zu. Okay, dann pack mal aus. Wollen wir mal sehen, was da drin ist. So, dann wollen wir mal gucken, was da drin ist. Also natürlich. Eine Rennbahn ist ja klar. Da kommen bestimmt die Looping-Teile drauf. Und die Rennbahn ist klar. Da ist ein Auto drin. Dann pack ich hier das Auto. Wo ist es? Es ist noch nicht ausgepackt. Okay, dann pack es aus. Ich brauche hier eine Schere. So, wer ist da nicht drin? Hol das Auto raus, muss ich hier an. So, Max. Jetzt wird hier erstmal so ein schwarzer Kasten draufgeknitzt. Und wie geht es weiter? Ja, Max. Ähm, wenn man den... Entschuldigung. Ich sehe hier den schwarzen Kasten. Und dann geht da unten ja so eine graue Bahn drauf. Mhm. Und die graue Bahn, würde ich sagen, ist hier. Okay, da wird die graue Bahn reingeschoben. So. Ja. Und wir gucken uns in der Zwischenzeit mal den Rennwagen an. Da ist er, der Renner. Guck mal, das funktioniert, glaube ich, so. Das ist ein Rückzugsmotor. Und... Dann muss erst ein Rückziehen. Und dann losfahren lassen. Uah! Also, Mann, hast du irgendwie zurückzielt? Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Und jetzt muss irgendwie dieses Teil hier da ran, ne? Mhm. Das ist hier vorne hoch. Hier, muss ich hin? Hier? Hier. So. Dann roll ich den Stecker wieder. Hopp. Hast du das Auto wieder geboten? Ja. Sehr gut. So? Ja, so sieht das doch schon gut aus. Genau. Jetzt ist das so frisst. So, wie das hier auch abgebritzt wird. Und jetzt hier nochmal so ein... Und da muss ich noch ein... Das Teil muss noch dazwischen was. Und dann muss ich noch was filmen. Und dann gleich der Rennwagen lossetzen. Und? Sieht das gefogen aus? Gleich mal her. Das sieht doch aus wie original. Einmal den Rücktrugsmotor spannen. Und dann sollte der losfahren, ne? Ja. Gucken wir uns das mal an. Auf die Plätze. Fertig. Los. Okay, jetzt schafft er eine Runde. Jetzt bist du dran. Felicia verliert eine Runde. Ja, also eine Runde, ne? Schafft auch jemand mehr als eine Runde? Glaube ich nicht. Nein. Ja, jetzt musst du aufhören, ne? Und los geht's. Eine Runde. Genau, das ist unsere Rennbahn von Darda. Unser Grand Prix mit einem Rennauto. Also weißt du was? Ich lasse nochmal starten. Irgendwo macht es doch Spaß. Auch wenn er nur eine Runde schafft. Hopp, ich muss weiter. Und jetzt gebe ich mal ein bisschen Anspruch. Das war unser Grand Prix Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Warte mal, wir haben noch was vergessen. Und zwar haben wir hier noch einen Gruß zu vergeben für Nathalie Maximoff. Die hat uns einen Kommentar geschrieben. Der Kommentar ist hoch. Und da sagt sie uns, dass sie heute Geburtstag hat. Dann würde ich sagen, gratulieren wir nochmal, ne? Ja. Herzlichen Glückwunsch, Nathalie. Ja, Nathalie. 14 Jahre alt bist du geworden, ne? Hast du uns geschrieben. Dann würde ich sagen, feier nochmal schön. Und wir kommen hier nochmal zum nächsten Gruß von Pyro Gamer. Der hat uns einen Kommentar geschrieben. Er kommt da so rum. Und mittlerweile heißt er aber nicht mehr Pyro Gamer, sondern Raffi Gamer. Jedenfalls ist das Julius. Der möchte auch mal gegrüßt werden. Und das machen wir dann klar. Hallo Julius. Julius, das war jetzt dein Gruß für Raffi Gamer oder Pyro Gamer. Und jetzt haben wir noch einen letzten Gruß zu vergeben. Und der geht an Sammy exklusiv Miri. Der Kommentar ist hier. Genau. Da oben seht ihr, was Sammy uns geschrieben hat. Der möchte einmal gegrüßt werden. Und das machen wir jetzt. Hallo Sammy. So, das war unser Grand Prix Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen da hoch. Schreibt uns Kommentare. Wer möchte, folgen uns auf Twitter, Facebook oder Google+. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tipptap Tune. Das ist Ness. Und das ist Esch. Hähne ist jeder. Tipptap Tune. Hähne ist jeder. Kippt puede, folgen uns auf. Kipptp. Kippt hat Sie gethneet. Ja!